Was für ein Erfolg! Der ehemalige Biggest Loser-Kandidat Christos Christodoulou hat es geschafft. Nicht nur, dass er 85 Kilo abgenommen hat, auch privat könnte es bei dem 28-Jährigen nicht besser laufen. Nachdem er vor knapp zwei Jahren bereits zum zweiten Mal die Trennung von Freundin Sandra bekannt gegeben hatte, glaubte wohl niemand mehr an dieses Happy End. Doch alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei und so sind die beiden glücklicher denn je. So sehr, dass Christos vor wenigen Wochen die Verlobung der beiden bekannt gibt. Gegenüber Promiflash berichtet er, wie er im Kreise ihrer engsten Vertrauten in einem Restaurant um Sandras Hand angehalten hat. Dann habe ich ein paar Worte an sie gerichtet und sie mit dem Ring ihrer Träume gefragt, ob sie meine Frau werden will. Dabei sei er natürlich auch auf die Knie gegangen. Auf Instagram nimmt der Ex-Biggest Loser-Kandidat seine Fans bei jedem Schritt seines Erfolgs mit, teilt Videos seiner Sporteinheiten und von seinem gesunden, erschlankten Körper. Er startet sogar eine Karriere als Personal Coach, um andere dazu zu motivieren, was er geschafft hat. Sich von den ursprünglichen 180 Kilo zu verabschieden und sich neu zu erfinden. Bei ihm war die Abnehm-Show also ein voller Erfolg und hat ihm geholfen, in ein glücklicheres Leben zu starten. Und womöglich hilft auch die neue Staffel jemand anderem, genau das zu erreichen.